Moin Moin, hier Eitu. Heute ist San Steba und für San Steba hier ist mein Kanellons. Frohe Weihnachten und Prost! Hallo ihr Lieben, ich bin gleich zuhause in Bukais-Dominien und feiere hier Weihnachten mit meiner Familie. Zusammen essen wir heute erst eine Vorspeise und danach gibt es Schweinebraten mit Kartoffelpübel. Am Ende gibt es noch einen leckeren Kuchen gemacht von meiner Mutter. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und bis nächstes Jahr! Tschüss! Frohe Weihnachten! Hallo Stade, ich bin in dem Dorf meiner Mutter zwischen Valencia und Madrid, das heißt Villa Malea. Und es ist typisch auf Weihnachten, hier in der Familie kochen und machen eine Paella, das ist sehr typisch aus Spanien. Nicht genau aus hier, dieser Region, aber es ist immer lecker. Hier... Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Und ich denke, es sieht sehr gut aus. Das macht es gut aus. Wir haben sicher, was ich da Bewusstetern sahen! Oh! Was muss das denn auch? favorite Wood hat! ibenut 해 shield aus. Vielen Dank.